Hey, buddy, buddy, you only got a pistol, man. So, liebe Leute, willkommen hier zurück. Willkommen zurück zu DayZ, bro. 19 Uhr am Dienstag, bro. Perfekt. Oh, scheiße. Und ja, wir haben einen kleinen Klick-Wanger gemacht, tut uns leid. Ich sprach nicht schon dieselben Reflexe. Ja, tut uns leid, aber ja, wir konnten nicht anders, ne? Nee, wir mussten jetzt auch ein bisschen campen. Das hat sich ein bisschen beruhigt, aber hier kam ja jetzt gerade doch wieder ein Schuss rein. Hallo? Also der Snipe ist auf jeden Fall noch da und der andere, ich weiß nicht, ob der andere Typ halt noch lebt. Oh, wir sind immer noch auf Balota. Eingeschlossen, umzingelt von Feinden und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir hier irgendwie lebend rauskommen, halt. Ja, eingeschlossen jetzt nicht, ne, aber da draußen warten doch schon die ein oder anderen Gruppierungen auf uns. Also vorhin, den einen, den du gekillt hast, da war noch einer, der hatte so was Türkises an. Vielleicht wurde der von dem mittlerweile getötet, das weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass hier noch einer rumloggt. Da, 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 ähm. Äh! Da, siehst du? Ja, da, da ist er, da ist er wieder. Ja. Er ist links, er ist da am Humpeln. Hey man, what's up? You safe? Hallo, Achtung. Pass auf, pass auf, pass auf. Er rennt wieder rum? Hat er aufgemacht? Er ist hier, er ist da, wo ich ihn aimen. Hast du ihn? Nee, einmal angehittet wahrscheinlich. Scheiße. Sorry, 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 alter. Der Schuss kann man aber auch verzücken, er hat angerade. Hab ihn erwischt? Nice, nice, nice. Er liegt, er liegt, er liegt. Komm wieder rein. Oh my god, nice bro. Nice, 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 nice. Ich würde sagen, war das schon wieder ein Schuss? Ich weiß nicht, ich muss die Waffen wechseln. Ich würde sagen, das Loken sparen wir uns an der Stelle, oder? Ja, natürlich, da draußen ist ein Sniper, wir können nicht looken. Also, das ist direkt RIP, definitiv. Ich muss die Waffen wechseln, ich habe keine Muni, ey. Okay, können wir diesen Sniper irgendwie ausmachen? Nee, ne? Also, ich denke mal, dass es schon erhöht irgendwo sein muss, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also, Möglichkeit ist Tower da vorne, aber dazu war es, glaube ich, ein bisschen zu leise. Ich glaube, das... Okay, das ist im Wald. Das sind die Schüsse, ne? Die hier einschlagen. Ja, ja, das ist sehr super. Hast du auch gemacht? Nein. Nee? Da ist noch einer. Ich habe ihn, ich habe ihn. Nice, Mann. Und da kommen die Schüsse wieder. Ja, das muss da hinten aus dem Wald kommen. Ja, definitiv. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen ab, oder was? Oder wollen wir hin? Oh, da kommt noch einer. Noch? Friendly? Friendly, friendly? Oh, okay. Okay, buddy. Hilfe, hilf mir. Close the door, please. What's up? Thank you. Oh, sein Freund ist auch so... Oh, Achtung. He's gonna loot a body real quick. Fast, fast, fast. No, that was not quick enough. Oh, no. Yeah. The sniper again, man. Da machen wir mal direkt zu hier. Oh, schon hast du es gesehen? Ja, ja, ich habe es gehört. Ich habe es gehört zumindest. Beim Türzumachen. Oh, Wölfe, Wölfe. Oh, da ist ein Wolf outside. I don't know. I don't know. I think in the forest, man. So, lol. Wir pushen jetzt mal ein bisschen vorwärts, Bro. Oh, der Kollege kommt mit. Ja, wir vermuten den Typen halt im Wald irgendwo tief drin. Und ich würde sagen, wir legen los direkt, oder? Ja, komm. Aber zick, zack, zick, zack. Zick, zack. Und immer hinter Gebäuden bleiben. Oh, Scheiße. Also, die Richtung muss auf jeden Fall wirklich die sein. Da hinten ein Hügel mit diesem kleinen Watchtower oben drauf. Ja, okay. Was? Ist da drin? Hier ist noch eine AWM. Oh, 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 oh. Wo? Die haben sich getrailt, oder? Wo liegen die denn? Weiß ich nicht, Bro. Ich habe irgendwas geschossen. Nee, nee, der Kollege lebt noch. Er lebt noch. Da seid ihr beide. Das seid ihr beide. Hinter dir, hinter dir. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Soll er mitkommen? Okay. Der kommt, der kommt in unsere Richtung. Das hat sich aber jemand getradet gerade. Oh, mein Gott. Hier, lass mal kurz hier reingehen und die eine oder andere Baracke noch mitnehmen. Also, es ist unglaublich, wie viel Loot hier auf dem Server liegt. Hier noch eine SV98. Das darf, den habe ich auch noch nie gesehen. Achtung, hinterm Zaun, hinterm Zaun direkt. Hinter diesem Metallzaun ist er. Aha. Ich würde ihn gerne holen. Rache von so einem Kollegen. Kann man da durch? Nee, kann man, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, Holz geht, aber ich glaube, Metall nicht. Ja, würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen. Hey, buddy. Can you talk? Soll ich mal vorpushen zu dem Holzhäuschen? Hallo? Ich komm mit, ich komm mit. Use caps lock to talk, man. Okay, ich sehe hier keinen mehr. Okay, er ist weg, scheiße. Er ist weg, jo. Weiß ich nicht. Na! Shit. Von wo kam das denn jetzt? Kein Plan Wornet, die haben das gehört. Ich bin wieder in der Baracke. Ist auf jeden Fall alles andere als safe hier. Da ist ein... Krass, hat mich einfach getrischt. Okay, Leute. Kleines Update. Ja. Nach unserem Tod sind wir jetzt hier nach Sileno gerannt mal. Ja, gerannt kann man jetzt so nicht ganz sagen. Ich gehe da einfach mal rein. Ich habe nämlich schon eine... Oh, und hier ist eine Leiche drin. Pass auf, Mann. Ja, aber draußen sind die Zombies. Hallo, anyone here? Unten ist safe. Okay. Oh, und der Daten hat schon ein bisschen Master fast. Ich habe nur eine Pistole, leider. Ja, ich habe nämlich schon ein paar Blobo gelootet. Aber... Das passt nicht. Und den Server findest du natürlich auch in den letzten Schuppen Stuff. Oh, geil, baby. Alter, er fängt sofort an zu grabben, ne? Ich muss irgendeine Waffe jetzt haben, langsam. Ja, guck mal, da unten. Der hat auch noch Stuff. Ach, stimmt. Das ist recht, Mann. Alles gut, alles safe hier. Ja, gut, das ist alles ruiniert. Nice. Oh, der Helm nimmt. Was ist das für ein Helm? Ja, schauen wir mal, Bro. Wir rüsten dich aus und dann würde ich sagen, nice, perfekt. Alles klar, Mann. Hallo? Hallo? Hey, what's up, Mann? Yeah, we're friendly. What's up, buddy? You wanna come in? Or take care of the zombies, maybe? Yeah, we're friendly. Yeah. Was ist das, um die zombies zu killen? Ich habe nicht mehr... Ich habe auch nicht mehr so viel Schuss, eigentlich. Shit, Mann. Hallo? Hey, you still there? Wo ist er denn hin jetzt? Yeah, I'm here. Okay, come in. Yeah, okay, try it, try it. We won't kill you. Just, uh... Oh. You need help? Ich glaube, der hat hier die Zombies, oder? Ja, ein lotter Zombies. Yeah, yeah, yeah. Extrem viele. Die sind auch so stark hier, ne? Ja, du bekommst nur Kopfschuss. Dann sind die instant dead. Nee. Doch. Ist der Walking Dead-Mod. Wir müssen Headshot machen, damit sie sterben. Ah, wieso habe ich wo die Gang geschossen? Weiß ich nicht. Ja, ich war doch schon lang weg. Ich habe wirklich nicht so viel Munition hier. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Scheiße, Mann. Should be clear now. Hey, wie blut ich denn schon wieder? Hallo, hey buddy. Hallo. Oder sogar mit Gilly. What's up? What's your name? Miles. Miles, hey. I'm Daniel. Nice to meet you, Miles. Nice to meet you, guys. What are you doing here? Just gathering loot. Just found the server yesterday. Yeah, yeah. We as well. Pretty nice. No, no. Actually not. Do we have ammo for the M4? For the M4? Die sind auch richtig nice, nice. I don't. I don't have any extra for that. Okay, okay. Okay, okay, okay. Richtig nice der M4. Zeig mal. Kramus-Style. Ja, nice. Dann gucken wir mal, was wir mit Miles machen. Und gehen dann weiter, ne? Bro? Oh ja, natürlich, würde ich sagen. Geil, ja. Ich war commuted, sorry. Nice. Perfekt. Kleines Update, Bro. Wir sind hier leider ein bisschen, ich will nicht sagen, wir haben hier ausgelockt. Und wir haben auch wieder eingelockt, Bro. Und dann waren da direkt Leute. Also ich hab zwei mitgenommen, hab einen getradet und dann hast du nur eingekillt. Und dann musste ich hier wieder her und jetzt haben wir ganz viel Stuff. Ja. Mittlerweile auch ein Server Restart. Das heißt, die ganzen Leichen sind weg. Aber der Stuff liegt halt noch ein bisschen hier. Und es ist nicht wenig, Leute. Es ist einfach, ich hab's sogar sortiert das erste Mal. Das ist echt. Das ist schon krank. Ja, wir haben jetzt wieder full Equip hier. Ich hab keine Ahnung. 230 Schuss zum Verballern. Das ist schon krank. Ja. Und jetzt ist das Ziel erstmal Kamenka-Zelte. Also quasi unten im Süden. Wir wollten auch mal wieder auf Vibor gehen. Aber ganz ehrlich, da gehen wir eigentlich immer hin. Das ist so die Standardroute. Eben, eben. Wir wollten mal was Neues mal wieder machen. So ein bisschen Kamenka-mäßig. Back to the Roots, oder? Oh. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Digga. Was denn? Nichts. Achso. Ja, hast du falsch markiert? Digga, hä? Wieso? Okay. Du folgst den Ski. Achso. Ja, ein bisschen abseits. Wir müssen jetzt nicht direkt auf der Straße laufen, oder? Alles gut. Ja, na ist perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Kamenka, oder was? Auf jeden Fall, Bro. Ich hab hier noch einen geilen Gag. Und zwar. Achso, natürlich. Hau raus. Ja. Und zwar hier von Luzi natürlich. Und zwar schrieb er heute im WhatsApp. Yo, Digga. Lass mal aufnehmen auf dem Y-Run-Server. Denn da könnten wir vielleicht einen Run haben und viel Content aufnehmen. Oh mein Gott. Das ist so sympathischer Typ, man. Grüße gehen nicht raus an Luzi. Denn das war natürlich wieder absolutisch. Stattdessen, Bro, haben wir natürlich noch andere geile Gags. Wie zum Beispiel von Flo Pete, der schreibt, geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, Bro? Wenn man in See steht. Geil, Mann. Das ist wirklich lustig, oder? Der ist wirklich gehammer. Deshalb brauche ich mich auch so weg hier. Hast du auch noch einen? Dann hätte ich natürlich auch noch einen. Kennst du Simpsons? Ja, ne? Bestimmt, oder? Gut. Was hatte Marge Simpsons 72... Die Frage. 72 Stunden nach der Geburt ihres Sohnes. Einen Drei-Tage-Bart. Oh, Scheiße. Scheiße. Grüße gehen raus an Micha, mein Guter. Danke für diesen Gag. Legende, Mann. Oh mein Gott. Du bist echt der König, Alter. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Legenden-Gag hier. Zwei Legenden-Gags natürlich, Bro. Grüße gehen raus an euch. Und damit sehen wir uns wieder... Für zwei Legenden-Menschen. Ja. Inkamenka. Perfekt, Mann. Oh mein Gott, Leute. Was wir gerade entdeckt haben. Ach, du bist so ein Bastard, Alter. Ich will da eigentlich nicht rüber, ne? Echt nicht? Wollen wir da echt rüber? Das ist die Todesbrücke. Ja, ich weiß. Guck mal, du hast nicht mal Deckung irgendwo. Das ist nicht mal ein Auto. Ich weiß. Das hat nicht mal eine vernünftige, so Geländer, weißt du? Das Ding ist, wir haben uns... Wollen wir echt nicht rüber? Sicher? Digga, wir sind mittendrauf und du fragst mich, sollen wir echt nicht rüber? Ja, wir ziehen mit durch jetzt, oder was? Was ist denn los mit dir? Ist das auf uns? Geht das auf uns? Ich glaube schon irgendwie, ne? Ich glaube nicht. Eigentlich glaube ich schon, dass es auf uns geht die ganze Zeit. Naja, auf jeden Fall, Bro. Nice Brücke. Ja. Wir haben natürlich noch zwei Gags. Achso, schon vorgelesen, Bro. Scheiße. Aber ihr könnt natürlich gerne noch neue Gags unten in die Kommentare schreiben. Natürlich. Wird jeder Kommentar geprüft und aufgeschrieben. Ist eigentlich geprüft, oder? Aber ich bin bei Zeile 700 irgendwas schon, ne? Also 700 Gags sind schon aufgeschrieben. War jetzt noch damals die Großliste? Achso. Ja, ja. Damals. Alter, die waren nicht so lange wie heute. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Wirklich bei knapp 800 fucking Gags. 800 Gags, die wir uns durchgelesen haben. Mindestens. Und oft an die Stirn geklatscht haben, ne? Nicht nur an die Stirn. Nicht nur an die Stirn. Family friendly natürlich ganz, ganz wichtig hier, denn Daisy 19 Uhr. Episoden hier für die ganze kaputte Familie, Bro. Genau. Wenn also eure Eltern auch ein bisschen zockeraffin sind. Was, was, was? Dann könnt ihr es gerne vorschlagen. Hier liegen Waffen einfach so rum. Und natürlich mit der ganzen Familie schauen. Oh, stimmt. Macht doch euren Eltern am besten noch einen Account, damit sie ab... Okay, das war ich. Abonnieren können. Reicht, ne? So weißt du? Ja. Ne, also ich sag mal so, man muss ja auch gar nicht gamingaffin sein eigentlich, oder? Eigentlich nicht. Ist eigentlich schon... Ist eigentlich für jeden geeignet, kann man sagen. Auch als Hörbuch, oder? Kann man sich auch einfach mal so geben. Kann man auch als Hörbuch durchaus nehmen, ja. Denn wir sind beide ziemlich durch. Oh mein Gott, ich dachte, da war ein Spieler. Ja, ich würde sagen, wir waren ein Kleinkart. Ich glaube, der ist dringend notwendig, oder? Ja, ja, klar. Nice, perfekt. Nice, perfekt. So, Leute. So, Bro. Wir sind zurück. Da vorne? Wir haben die Insel verlassen. Ja. Und sind wir gerade in Kamerobo? Hier ist ein Schuss gefallen. Ich glaube, auf uns sogar, oder? Auf der Insel, by the way, war nichts los. Ja, stimmt. Deshalb sind wir da auch schon wieder runter. Habe ich gerade erzählt, genau. Ach so. Das war so ein Schuss und ein Sniper, ne? Entschuldigung. Oh, da schießt jemand Bambis an der Küste. Guck mal, wie viele Leich da liegen. Oder? Ich glaube eher, die haben sich alles selbst gekehlt. Glaube ich nicht am Balota. Erstrip. Dass man sich hier umbringt, oder? Du, das kann alles, ich weiß es nicht. Sollen wir mal einfach vorpushen zum Hafengebäude? Da ist halt eine Base oben drauf, ne? Ach, du Sch... Oh, ja. Ja, ich sehe es. Okay, also ich habe auf jeden Fall 150 Schuss hier in der Waffe. In der M249. Ja, ich habe 60. Reicht, reicht. Da können wir ordentlich sprain. Oh, guck mal, die haben ja... Es ist dieser eine Mod, da sind die... Oder was ist die eine, da gibt es wahrscheinlich mehrere. Aber da sehen diese Holzwände ein bisschen anders aus. Also der Typ hat eine Pistole in der Hand gehabt und ist gestorben, ich weiß nicht. Ja, der spawnt mit einer Pistole. Aha. Ja, das steht auch noch da in der Luft, die haben sich selbst umgebracht. Ach so, okay. Nimmt der Szene jetzt, kann natürlich ein bisschen die Dramatik, aber gut. Ja, hättest du auch einfach mitspielen, ich weiß. Ne, hier ist nichts gefaked, nichts gescriptet oder so. Nicht so wie bei dem einen oder anderen YouTuber. Ja, genau. Da wollen wir jetzt natürlich auch nicht ins Detail gehen. Und dementsprechend, Robax, einfach schnell das Thema. Hello, hello. Ja, red mal ein bisschen mit ihm hier. Hey, yo, anyone here? Wow. Ja, die haben mega die Base, Alter. Du, du need help. Ja, aber... Ja, der wird ein bisschen friendly sein, halt. Ach so. Ein bisschen andocken, weißt du, am Schiff? Ja, 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 ja. Lass mal in Richtung Start gehen, ich glaube, da ist keiner. Ja, ich kann doch mal gucken, wenn ich hier in einem Container bin, ob da wirklich was durchwabert. Oh mein Gott, wahrscheinlich wabert, oder? Was ist an dem Wort eigentlich so schlimm? Das war neulich in der Folge, ich glaube letzte sogar, oder nicht, vorletzte. Und, äh, verstehe ich nicht. Ich finde das Wort einfach lustig, Mann. Das ist doch nichts, das ist ein ganz normales Wort des deutschen Wortschatzes. Ja, schon klar. Dass du eigentlich mächtig sein solltest. Ich kenne ja das, weil ich finde es halt lustig, Mann. Ja, hammer lustig. Es wabert, Junge. Wenn du noch ein paar lustige Worte kennst, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Für Luzi reicht es auf jeden Fall. Für meine Nummer reicht es, ja. Und in dem Sinne, Bro, würde ich sagen, der will den Tower, der will den Tower, der geht rein. Alter. Hast du ihn gesehen? Ja, aber ich habe mich nicht gekillt. Scheiße. Er ist rein, ne? Ja. Wie er abgeht, ne? Das Ding schießt überall hin, ne? Wir müssen da jetzt rein, Bro. Okay, ich komme mit. Noch 47 Schuss drin. Wo ist er hin? Bist du das? Ja! Der stand direkt links. Hier gibt es doch noch einen anderen Eingang, oder? Ja, ja, ja. Aber eigentlich müssen wir echt schnell rein, weil der, wenn er uns umläuft, Alter, ist er schon drin. Zombie steht hier. Soll ich rein? Ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, warte, 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 warte. Hier mache ich nochmal die Tür zu. Ich würde sagen, ist erstmal safe. Ich komme bei dir, oder? Oh, du bist drin. Okay, ich komme rein, ich komme rein. Achtung, ich kann mich erschrecken. Oh! Okay, okay. Ich würde sagen, ist safe unten. Hello? Bart ist safe. Ich mache alles zu, was safe ist, okay? Hey, buddy. Oh! Was, was, von wo? Weiß ich nicht. Ich mache hier auch mal zu. Hello? Hier unten ist auch safe. Yo, kann ich auch sagen, buddy? Hallo, man. Ja, einfach sprich. Was ist denn, Mann? Oh, come on. Just talk, man. Wir sind nicht freundlich. Wir gucken durch den Schlitz oben. We can do this friendly, okay? Was für ein Schlitz? Ja, come on, man. Durch die Treppen halt. Ach so, da quasi. Durch das Geländer halt. Pass auf, ey. Let's be friendly. Kommen wir wenigstens in die erste Etage hoch? I mean, we can try it. Das weiß ich nicht. Können wir zusammen pushen, wenn du magst. Oh, ich trau mich halt echt nicht hoch, ne? Ich habe auch kein so gutes Gefühl. Diese M24, die schießt auch hin, wo sie will, ne? Vor allem, der war so schwarz-weiß gekleidet, Camo. Und ich glaube, der Typ, der reingekam, war nicht schwarz-weiß, oder? Ich glaube, der hatte so was Beiges an. Na, das sind das zwei da oben, ne? Wirklich, ja. Alter, der darf nicht so aggressiv hoch, bitte. Sollen wir einfach hoch pushen? In die erste? Ja, oder? Ja, komm. Meinst du, das ist ja keine gute Idee. Ich, äh! Ich steck fest. Ne, ist echt keine Idee. Haben wir Nates, irgendwas? Aber hier unten ist auch doof. Weil du hast halt die Fenster hier. Ja, ich weiß. Wir müssen eigentlich eine Etage höher, ne? Müssen wir eigentlich. Mach hier mal zu. Hey, du still there? Ich push die erste Etage. Ich gehe rein links direkt, okay? Okay, komm. Oh, da geht's vor. What the fuck? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, geh rein, geh rein. Mach zu. Ist safe, müsste safe sein. Ich sehe keinen mehr. Nice, hochgeklettert. Perfekt. Okay, alles safe, alles safe. Achtung, da kommt einer runter. Im Ernst? Hallo? Oh, ich habe das falsche Scope drauf. Da, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja. Ich sehe seine ekelhaften Turnschuhe. Unten, 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 glaube ich auch. Nice. Ich weiß zwar nicht, wie ich den getroffen habe, aber gut. Oben an der Ecke steht die Sau. Ja, ich sehe einen. Hey, buddy, buddy. You only got a pistol, man. Ist der ganz oben? You only have a pistol, dude. Come on. We can do this friendly, okay? We don't want to kill you. Really. Free Stalk. So, Leute. Wir haben uns nochmal zusammengefunden. Genau, noch keines Update. Wir sind beide leider gestorben. Lächerlich. Wir versuchen jetzt mit Baby-Equipment diese zu holen, ne? Ja. Also, es ist Baby-Equipment. Ich meine, du hast immerhin eine Skorpion, mit der du ein bisschen schießen kannst. Ich habe eine M4 mit 13 Schuss. Die ist auch damaged. Mal gucken, wie viel Schuss da am Ende tatsächlich auch rauskommen. Nice, wie die Tür hier wieder aufgeht in dem Game. Nice, direkt wieder zugemacht. Perfekt. Hallo? Oh, ah ne, das ist Zombie. Mach alles zu wieder. Was ist ein Zombie-Leucht? Das ist ein Spieler. Wow, 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 wow. Bist du das? Ne, ich habe mich geschossen. Na, eher oben wahrscheinlich. Hier liegt noch eine HK. Ist auch damaged. Ohne Munition. Lass hochgehen. Letzte Aktion, Mann. Einfach hoch, meinst du? Was liegt hier hinten noch vielleicht? Ah, ne, okay, let's go. Erste Etage direkt pushen, oder was? So geht das nicht auf. Ich weiß nicht. Haben die abgeschlossen? Nee, warte, warte. Können wir das so aufmachen? Jetzt. Wow! Wieso bin ich hier? Mann, 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 weiß ich nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung warum. Äh, qua Nixi. Ist ein Tuch drin. No Damage. Perfekt, Digga. In dem Sinne würde ich sagen. Wow. Warum tötest du mich? Hä?